Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die letzten Wochen sind jetzt überhaupt keine Videos auf diesem Kanal gekommen. Das lag einfach daran, weil ich jetzt gerade in der Prüfungsphase bin und überhaupt keine Zeit habe, irgendwelche Videos aufzunehmen oder zu schneiden. Da ich ja jetzt überhaupt keine Zeit habe, irgendwelche Videos aufzunehmen, habe ich mir einfach gedacht, ich reuploade nochmal mein erstes Video, was ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe. Ich schreibe jetzt nur noch diese Woche Prüfung, ab dann geht es dann ganz normal weiter und euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Yo, hey Leute und herzlich willkommen zur 45. Folge Survival Games. Yo, hey Leute und herzlich willkommen zur 200. Folge Survival Games. Yo, hey Leute und herzlich willkommen zur 600. Folge Survival Games. Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute ein kleines Thema anzusprechen, denn ich habe ein neues Mikrofon und ich glaube, ich höre mich heute ein bisschen lauter an als sonst. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so hat Leck bei mir. Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Runde Skywars. Wir spielen heute mit dem Tank-Hit, was sehr, sehr, sehr gut ist. Schönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe jetzt eigene Pullis und die könnt ihr euch jetzt in meinem Shop kaufen. Die sind auch sehr warm, vor allem im Winter. Und ja, dann ciao. Ach ja, was ich vergessen habe anzusprechen, war, dass ich meine super schnellen Spitzhacken jetzt auch im Angebot habe. Die kosten jetzt nur 50 Euro anstatt 60 Euro und sie bauen sehr schnell ab und haben auch eine hohe Qualität.